Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Minecraft Master Builders zusammen mit Fabio. Hallo. Oh, wir haben Summer als Thema, das ist schon mal ganz nice, da habe ich eine Idee. Ich auch. Wollte ich überlegen? Doch, doch, ist okay. So, und zwar brauche ich dafür... Nee, so. So, dann nehmen wir mal Eichenzaun. So, ich denke, hiermit fangen wir erstmal an. Also. So, erstmal so ein bisschen grob das so langziehen. Das schwemmt nicht raus, oder? Nee, okay. Gut. Hier an der Stelle schon? Nee, okay. So, und dann bauen wir hier nämlich... Ah, ich glaube, ich sage diesmal mal ein bisschen weniger, von dem, was ich so plane. Wenn Fabio nicht immer direkt weiß, was meins ist. Ja, aber wir sind, glaube ich, immer hintereinander dran, direkt. Ja, das war zu uns bis jetzt, glaube ich, so, ne? In der letzten Folge. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, aber es könnte sein. Ich muss mir das auch befreien. Okay. Ich habe ein paar coole Ideen. Ich hoffe... Doch, das müsste ich in der Zeit hinkriegen. So, ich habe gleich meine Grundstruktur. Das kann ich ja sagen, das verrät nicht zu viel. Darauf kann ich dann aufbauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich habe auch schon einen Teil. Hier hat sich... So. Hier mache ich dann aber einen anderen hin. Den. Dann dazu. Den mache ich jetzt nicht. Das. Ne, doch. Ne, wo war ja, warte. Das kann ich ja so machen. Das brauche ich ja nicht mehr. So. Ach, komm schon. So. Gut. Warte, mir fehlt noch was. Ich glaube, ich komme mit der Zeit nicht hin. Echt? Meinst du? Ich bin mir auch noch nicht sicher. Aber ich habe noch Hoffnung. Ich bin mir auch noch nicht mehr. So, die setze ich mal da. So, kann man das machen? Ich will das von innen noch so. Ne, hier in den Ecken nicht. So, ist okay, würde ich sagen. Eine Minute. Oh. Okay, dann muss ich mal ein bisschen was machen. So, unter anderem das. Dann, was hatte ich noch geplant? Okay, von dem, was ich geplant habe, so fest, habe ich auf jeden Fall alles gemacht. Ich wollte jetzt noch ein bisschen dekorieren. Und dann, was ich jetzt vielleicht auch weg, ja? Achso, okay. Tschüss, viel Spaß. Ja, ja, weiß ich. Ja, also, doch, ist ganz okay. Ich bin schon mal gespannt, was die anderen so haben. Okay, ich hab schon mal verdäumt. Fabian, bist du da? Oh. Ja, die ganze Gelaber, der war noch gemutet. Ja, auf jeden Fall, meine Mutter war ja gerade da, deswegen. Okay, der hat dieselbe Idee wie der vorherige, und nicht ganz so gut, deswegen mein, gut. Dem vorherigen hab ich übrigens, ich glaub, Amazing war's, hab ich dem nochmal nicht gegeben, wenn ich mich nicht irre. Der war schon echt nice. So, ja, auf jeden Fall, meine Mutter hat gesagt, weil die ist jetzt weg, mit meinem Vater. Die Idee ist okay, aber leider nicht fertig. It's okay. Die haben es alle viel besser umgesetzt, natürlich. Ja. Ich hatte ja bei mir noch ein bisschen am Ende gebaut, und dann erstmal, ein paar Sekunden vorher nicht mehr, aber da ist mir nichts mehr eingefallen, was ich noch bauen konnte. Ja, die haben alle irgendwie so ähnlich. Gäb ich auch, it's okay. Ice Cream, ja. Oh, das ist jetzt mal ein bisschen was anderes. Oh, okay. Äh, it's good. Gut. Na, ich würd auch gut sagen. Also es ist grundsätzlich, die meisten, die bauen schon ganz coole Sachen. Mhm. Ah, guck mal, da hat einer sogar noch Partikel gesetzt. Stimmt, das hätt ich noch machen können. Ah, da bin ich grad nicht mehr drauf gekommen. Aber im Gesamten ist das hier jetzt nicht so heftig, deswegen nur meh. Im Vergleich zu den anderen. Wow. Okay, ganz so heftig hätt ich's jetzt auch nicht gesehen, aber... Steht da was auf den Schildern? Me. Der sitzt vorm PC. Everyone other. Cool, it's okay. Die Idee ist nice, ich geb ihm amazing. Ich find das super. Das find ich echt lustig. Okay, das ist sehr groß gebaut. Aber nice. Ich geb ihm gut. Dankeschön. Oh. Da haut der Fabio aber raus. Das ist auch cool. Das ist ja heftig. Mega heftig. Nice, oder? Mega. Everything is awesome. Ich mein, du ahnst bestimmt nicht, von wem das sein könnte. Ich war immer, wenn die so hintereinander waren. Was? Und dir? Krass, oder? Ja. Ich glaub, der erste gewinnt. Ja, mal gucken, wo wir sind. Vierter Platz, das ist nice. Damit bin ich zufrieden. Und du bist fünfter. Wir haben sogar gleich vier Punkte. Also eigentlich teilen wir uns den vierten. Oh, ja. Ja, nice. Ja, find ich gut. Find ich auch gut. Bin ich mal gespannt, was gleich die nächste Runde so gibt. Ah, das Thema fand ich cool. Ich find das eigentlich bei den Themen so am besten, wenn man es nicht so eng gefasst ist, weißt du? So Ameise oder so. Ja. Da muss ja jeder so ziemlich genau dasselbe bauen, aber wenn es einfach Sommer ist, hat ja jeder so ein bisschen andere Definition. Wie der Typ, der vom PC sitzt. Das fand ich so nice. Ja. Ja. Ich glaube, wir feiern noch welche Silvester. Ja. Gerade ist aufgewacht oder so. Genau. Bisschen viel getrunken, gerade ist wieder aufgewacht. Genau. Kann man mal machen. Eine Schlange. Eine Schlange, okay. Gut. Wird wahrscheinlich jeder gleich bauen. Ja, eventuell. So, ich würde sagen, wir arbeiten vor allem hier mit. Huch, genau andersrum. So. Ne, wieder das. So, dann hier auf die Seite noch. Okay, ich hatte gerade noch eine ziemlich coole Idee, wie ich die bauen kann. So. Und, ich brauche die. So. 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 Okay. Hm. Schade. Du bist gerade extrem leise irgendwie. Ja? Okay. Jetzt nicht mehr. Ich überlege zu lange welche, was ich für die Augen benutzen soll. Ich würde sagen, Blöcke. Ist besser, ne? So als mega Geheimtipp. Fände ich schon echt nicht schlecht. Ja. Ist das gut? Naja, ich glaube nicht. Hier vorne kann ich das lassen. So. Dann schauen wir mal. Weil ich hier von der Form ja noch nicht ganz zufrieden bin. Was mache ich? Da, diesmal habe ich aber Zeit. So. Schon was fertig. Gut, ganz so weit würde ich mich jetzt noch nicht einschätzen, aber ich brauche nicht mehr so lang. So, und dann. Ah, GD, GD. Ja. Ich bin echt mal gespannt, wie die anderen die bauen. Da bin ich jetzt echt mal. Also, das interessiert mich jetzt schon. Okay. Okay. Dann muss hier das eigentlich wieder weg. Mach ich das so. So. Jetzt muss ich hier noch so ein bisschen Struktur reinbringen. Kann man das so machen. Kann man das so machen. Ich würde hier noch so. Ich habe so ein bisschen so eine Mischung aus mehreren Schlangenarten genommen. Sonst kommt es mir so vor. Ja, ich auch. Glaube ich. Okay. Ne, so. Ja, mal schauen. Ich denke, es ist okay. Okay, das ist auf jeden Fall schon gut, würde ich sagen. Ja, es sieht auch ein bisschen aus wie so ein Alligator, oder? Ja. Könnte. Ja, ist schon ähnlich. Aber Schlangen und Alligator ist halt auch so ein bisschen. Sind die dann echt auch nicht mega unterschiedlich. Die ist auch nicht schlecht. Der Untergrund passt noch nicht so ganz, aber ich würde trotzdem gut sagen. Ja. Ja. Das ist halt dann so ein Thema wie Summer Schöner. Da unterscheidet sich halt viel von... Ne, oder? Ne, ohne Spaß. Das ist ja übel, das Mäh. Sehr unkreativ, würde ich jetzt mal sagen. Ja, würde ich auch sagen. Man weiß, was man auch hätte machen können. So ganz viele Leute, die in einer Schlange an der Kinokasse stehen. Ist mir gerade eingefallen. Fürs nächste Mal mache ich das. Das wäre lustig gewesen. Die Schlange ist so... Mäh. Die ist echt mäh. Die ist noch nicht mäh. It's okay. Die sieht mehr aus wie so eine Kaulquappe oder so. Ja. Die ist auch cool. War was anderes. Nicht mal cool. War die Rücken. Ist halt eher so eine Wüste Schlange. Die ist nicht schlecht. Ich finde, dass die Augen... Ja, wobei, die sind gut. Ich gebe schon gut. Ist schon nice. Na, die ist irgendwie süß. Also, nicht sehr heftig gebaut, aber süß. Es ist okay. Also, die meisten haben so probiert, so eine bisschen rohliche Schlange zu bauen und die sieht schon ziemlich putzig aus. Mit dem Banner auch keine schlechte Idee. Sonst von der Form her... Ich würde auch sagen, it's okay. Okay. Oder was hast du genommen? Ach so. Everything is awesome. Natürlich. Das ist... Ist das von dir? Nein. Nee. Nee. Keine Ahnung. Ist mein Eisablieding. Das ist ja keine Schlange. Ja. Das ist auch cool. Ich dachte gerade sogar erst, es ist meine. Du wirst gleich sehen, warum. Die kriegt ein It's okay. Ja. Du wirst gleich echt sehen, warum ich das erst dachte. Du wirst sagen, everything is awesome, oder? Ja. Ich bin gut. Du hast Zähne, du hast eine Zunge. Deswegen meinte ich auch. Du wirst gleich sehen, warum ich das meine. Ich habe es dann an den Bäumen und natürlich auch an der Schlange erkannt, dass es nicht das ist. Aber als erstes sah es schon so ein bisschen danach aus. Lol, ich bin Dritter geworden. Ja. Nice. Wo bist du? Vierter. Schön. Ja, die war aber auch gut. Ja. Naja, ich würde sagen, das war es dann für die Folge. Danke an Fabio fürs Dabeisein und danke euch fürs Zuschauen. Könnt natürlich abonnieren, um keine Folgen mehr zu verpassen. Like geben, wenn es euch gefallen hat und wenn wir mehr machen sollen. Dann noch in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass wir so mehr erzählen sollten. Wie wir es bauen oder eher so die Fresse halten und gucken, ob der andere es herausfindet. Und ja, ich würde sagen, bis dahin und tschüss. Ich würde sagen, bis dahin und tschüss. Und ja, ich würde sagen, bis dahin separate. Und ja, ich würde sagen, bis dahin und tschüss.